Ich höre es. Es kommt! Und die Bevölkerung ist immer noch scheiße angeboten. Boah, Alter! Es schüttet ihr wie aus Säften! Hm, das wird aber genussvoll. Es regnet, es regnet, 50 Menschen sterben dran. Es regnet, wie schön, dass wir nicht mehr leben können. Und mit diesem schönen Anfang, würde ich sagen. Diese schönen Anfangsson, ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Kingdom Wars. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und dann sehen wir uns am Ende des Videos nochmal. Und schaut euch die Folge an, ja. Es wird nochmal eine schöne Schlacht geben. In der Mitte des Videos. Wer weiß, vielleicht doch schon etwas früher. Das müsst ihr euch ansehen, ne. Werden wir sehen. Dann. Bis später. Ich brauche eine Armee. Dafür brauche ich dieses Gebäude, das aber verfickt viel Stein kostet. Ein Gebäude hat sich fertig, mein Herr. Schlagungswerkstatt. Endlich. Die kosten auch wieder Steine. Kann das nicht ohne Steine gehen? Bitte. Ich muss das Garten geben. Geht, glaube ich nicht. Dann muss es so gehen. Ähm. Okay. Ein paar fliegende Bogenschütze. Bogenschütze, schön fliegen. Mhm. Bogenschütze, die fliegen. Gute Verteidigung. Sehr gute Verteidigung. Wie sieht es bei euch aus? Ich komme nicht höher. Ja. Ja. Hier, noch einer. Noch eine Kompanie, die fliegt. Ist doch schön. Fliegende Verteidigung. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Ich weiß es wirklich nicht. Ein Wunder würde ich das wissen. Ich glaube auch nur noch Stinschiss. Auf jeden Fall. Wir werden gleich unsere Armee denn aufbauen, sobald es soweit ist. Also soweit wir endlich fertig werden. Weil das ist mir viel zu teuer. Deswegen. Busten wir erstmal unsere Waffen hoch. Also unsere Festungsverteidigung. Und jetzt. Können wir dann gleich mit Bogenschützen schon mal loslegen. Jetzt haben wir erstmal Bogenschützen. Vier Einheiten. Wird schon was werden. So, als nächstes ist das hier dran. Mhm. Oh, es ist Stark. Aufstehen, ihr Wichser. Da war der Hahn am Krähen. Oh, guck mal. Einer ist weniger. Taktische Fortschritte im schweren Sperrkampf führten zur Ausbildung verschiedener Sperrkampf. Und diese Pekiniere können sich der Cavalier entgegenstehen. Und durch ihre gebogenen Klingen an der Spitze ihrer Sperre können sie sich auch gegen die Infantrie behaupten. Alter. Das ist eine gute Einheit. Klingt so. Und was haben wir hier noch? Die Streitkolbenträger. Sind billige, leicht gepanzerte Soldaten. Effektiv im Nahkampf gegen Fernkämpfer zu Fuß. Effektiv gegen leichte Infanterie und Pekiniere. Schwach gegen Schwertkämpfer und Kavallerie. Verfügt über Formationen die Bekämpfung verschiedener Einheitstypen des Gegners. Verstehe. Na dann. Burgenschützern. Mehr Burgenschützen. Schon eine Arbeit. Schon eine Arbeit. Alter. Wie viele. Na dann eine Meute. Auf dem Turm irgendwas machen. Wie so eine Art Dreh draufstellen oder so einen Bauern rein. Klappen. Dann halt nicht. Ich will eine Infanterie. Los. Das ist dann die vierte Einheit. Wie viele Burgenschützen brauche ich? Wir können noch ein paar nehmen. Das hier unten ist übrigens an der Bevölkerungsgrenze. Das heißt, wenn wir 16 Bevölkerungen erreichen, haben wir ein Problem. Darf nicht passieren. Darf aber auch nicht passieren. Ich habe mal die Werkstatt verbessert. Die ist nämlich noch nicht so weiter oben. Ich habe aber Mangel an Stein. Passt schon. Passt schon. Ich habe einen Unterschied. Schaut euch den Unterschied an. Fetzen. Stofffetzen. Kettenhemd. Mit Gambison. Ne, Wappenrock. Wappenrock. Und Kettenhemd. Kein Gambison. Hätte ja sein können. Bogenschützen haben wir auf jeden Fall. Geht noch was? Da. Sechs Bogenschützeneinheit. Der Gegner wird sich freuen. Das gibt eine schöne Freilage. Wir können ja mal testen. Los, alle her. Alle her. Komm. Komm. Lauft. Lauft, ihr Pisser. So. Perfekt. Moment, stand bereit. Wir versammeln uns jetzt mal hier und befeuern jetzt mal einfach ein Gebiet. Boze, komm zusammen. So, hier bitte aufstellen. So, hier bitte aufstellen. Wir machen jetzt ein schönes Feuer. Ein, irgendwie, stellt Stacheln auf den Boden auf, verbessert die Beteilung auf Kosten. Der Beweglichkeit kann nicht auf Morden verwendet werden. Klingt interessant. Gibt ein Kampfbonus, also wird das schon. Ja, Pfeile. Machen wir jetzt mal Testschießen gleich. Ja. Brauche ich noch zwei? Oder reicht das? Reicht das oder brauche ich noch zwei? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht ganz. Oh. Enge Formation, Burgern schützen. Das ist ein Wall. Der Lord, wir gehen. Nein, 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 nein. Nicht so. Böden, wir gehen. Ich möchte ballern. Die Archer machen es. Oh Gott, wir gehen. Vergiss es. Vergiss es. Das nächste. Oh, die Beliebtheit ist schlecht. Hm. Ne, weg hier. Hast du gute Ideen für das Spiel? Oder möchtest du Feedback dazu geben? Dann gehe zu den Steam-Diskussionen. Hatte ich noch nicht vor. Weil ich noch nicht so weit drin bin. Da ist es. Teuer. So nicht. Naja. Man kann nicht gleich alle auf einmal nehmen. Nein. Es ist eine Sache für Späne und Drüben, mein Herr. Gut mit, mein Herr. Eine blöde Business-Kolle ist jetzt eine Gute. Warum sind wir damit in der Lage, eine Invasion zu starten? Ich nehme mal noch ein bisschen mehr mit. So. Wir machen eine große Invasion, Leute. Gut mit, mein Herr. Auf Dortmund. Auf Dortmund. Alle Mann. Rein da. Keine Gnade. So. 92 Soldaten. Gegen 56. Belagerung. Die haben den verdammten Belagerungsturm da drin. Alter. Das ist ein Dorf. Ein blödes Business-Kolle ist jetzt, Herr Grace. Das ist eine Stadt, da komme ich niemals rein. Ist es eine Rolle für Späne und Drüben, mein Herr? Ich würde sagen, kämpfen wir! Das hat geleckt. Das ist die feindliche Festung. Und wir müssen diese jetzt einnehmen. Oh nein, für sicher, mein Herr. Wer meint, mein Herr? Wirklich? Ausbauen, schnell! Wirtschaft! Bauern! So, und jetzt, äh, erstmal alle Bogen schütteln. The Hunt has begun. Moment, stand ready. They are a big crowd. Und die Nahkämpfer, direkt hinter den Fernkämpfern, oder machen wir gleich eine dicke Offensive, Alter? Das ist ein tödlicher Blob! Ein dicker tödlicher Blob! Holzfällen! Hör auf die Tren! Das ist teuer, ich brauche Holz! Wir warten auf unsere Orte. Der Feind ist kurz vor uns! Der Gegner darf nicht gewinnen! Der Herr, wir gehen! Bowman, wir gehen! Bowman, wir gehen! Bowman, stand bereit! Oh, wunderlich! Wir haben wieder neue Bauern! Hör auf die Tren! Bowman, stand bereit! Wir warten auf die Tren! Wir warten auf unsere Orte. Der Herr, wir gehen! Auf die Tren! 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 Ich brauche jetzt die Tren! Oh, du! Enge Formation! Ballern. Geil. Los, fisten! Alter, das nennt man den Regen. Alter, 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 alter. Was ist denn da los? Oh, schist! Bowman, stand ready. Oh, schist! The enemy has attacked. Mary, they will not die well in this. We'll wait our orders. Christ! Fuck! 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 Die Stiefenheim braucht eine langen Zeit. Patience, guten Tag. Los Männer! Der ballert sie! Der schießt sie! Alter, das gibt Tote da drin! Oh, wir treffen auch uns! Rückzug, Rückzug! Für euch heißt es jetzt auch Rückzug! Für euch heißt es jetzt auch Rückzug! Für euch heißt es jetzt auch Rückzug! Böhmann, schau sie! Ihr vertraut ihn und wir stehen bei uns. Bereit zu schlafen? Der Schlauch hat angefangen. Böhmann, stand bereit. Wir werden wohnen bei uns. Alter, 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 Alter! Das hat Tote gegeben. Wir sind für einen Kampf. Wir sind sicher, wie wir sind. Wir brauchen Hilfe, Herr Lord. Ihr vertraut in die Militia kommt unabhängig. Wir erwarten unsere Orte. Wir kamen mit Grieken und kreieren. Jetzt müssen wir entfernen. Weißer, wir haben Verluste! Verluste die Fletcher singen! Verluste die Fletcher singen! Verluste die Fletcher singen! Verluste die Fletcher, Leute! Wir schauen für einen Kampf, wir sind. Verluste die Fletcher singen! Verluste die Fletcher singen! Verluste die Fletcher singen! Verluste die Fletcher singen. Oder sind sie bereit! Wir sind enttäuscht, die Trumpet klingelt, um die Hälfte wegzuhalten, meine Säule in den Arm und wütend für die Freie. Lied. Das war ein Battle. Wir haben sich schwer verletzt. Steht fest. Okay, geflohene Einheiten können wir nicht benutzen. Wir haben jetzt nur noch Fernkämpfer. Das könnte jetzt schwierig werden. Also verdammt schwierig. Schauen wir mal. Lock your arrows. Bowmen, stand ready. Bring death on them. Thy soldiers are under attack, my lord. Thy gleaming sword must out upon them. Schau, schau. Schau, schau. Der Lord, wir gehen. Lass deine Fletchung singen. Schau, schau. Gib den Arm hier! Aber wir verlieren Geld. Na, das ist ja schlecht. Der Fehl hat attackiert. Marry, sie werden nicht gut sterben. Oh, sicher, mein Herr. Deine Arbeitnehmer haben ein Geburt. Einige von deinen Arbeitnehmer machen nichts, mein Herr. Einige von deinem Vertrieb fängt sich nicht mehr. Das ist schlecht. Fogenschützen. Lock your arrows, men. Also moralmäßig werden wir, glaube ich, nicht nachgeben. Reläsch deine Aros, lad. Komm schon, eine dicke Pfeilsalve. Iiiiiiiiih, nein, das war's noch nicht. Los! Ja, genau so, genau so, alter. Geil. Wir haben gewonnen. Diesen Kampf haben wir gewonnen. Weiter geht's. Geil. Geil. Wir haben gewonnen. Schießstand gebaut. Ich verstehe. Geil. Deine Soldaten sind unter attackiert, mein Herr. Dein glührendes Wunsch muss auf sie kommen. Geil. Was ist das gar nicht? Ein Geburt ist fertig, mein Herr. Ach, da sind mal gestorben. Geil. Glückwunsch für den Lord der Manor. Bereit, um schlafen zu werden. Komm schon. Geil. Geil. Wir müssen weiter. Der Gegner hat noch was auf Lager. Die Ramme kommt jetzt mal mit. Interposition. Geil. Dieses Duell können wir nur gewinnen. O War, du Sonne der Hölle! Kein Überlebenden. Das ist alles für eine Plünderung von einem Dorf. Ein paar Erechen stehen bereit. Geil. Bereit, sie zu schlafen, Herr. Geil. Geil. Wir sind enttäuscht. Die Trumpets klingeln, um zu schlafen. Meine Seelen in den Arm und die Gefahr für die Freude. Geil. 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 Die neue Struktur ist bereit, mein Herr. Geil. 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 Neue. Neue Runde. Geil. Wir gehen ja richtig dran und drauf. Geil Entspannte an sie. Deine Trumpf occultproben wurden verheiratet. Die Ramme stehen für sie. Geil hier den Ramme. Geil. Geil hier den Ramme. Geil hier den Ramme. Verlust eure Aeros, Lads! Lass deine Fletchung singen! Schreie Havoc, Sir! Es ist eine Schlacht-Feld! Der Lord, wir gehen! Jetzt können wir sie nicht mehr verfehlen! Locke die Scherrero-Männer! Willst du deinen Griezen schrauben? Momentan, seid bereit! Deine Truppen sind attackiert, du Griezen! O Krieg, du Sonn der Hölle! Sie haben gewonnen! Nichts kann sich verletzen zu denjenigen, die gewinnen! Wir sind gekommen, um sie zu verhindern! Hier geht's! Ein verdammtes Geschäft hat dich jetzt, dein Griezen. Ich bin der Hörger in deinem Hand, mein Herr. Use mich hart. Ich bin bereit, um sich zu helfen, mein Herr. Es ist eine Waffe für Schweden und Brüder, mein Herr. Es war eine erste Schlacht! Okay! Unsere Armee sieht... Na ja, aus, aber wird schon... Wird schon klappen! Wird schon klappen! Nein! Kann ich mir alles noch nicht holen. Brauch ich erst Technologie? Hm, na ja. Hätte ja sein können... Alle verarzt... Und jetzt haben wir eine gut gefütterte Armee. Ja, dann können wir ja gleich in die nächste Offensive gehen. Jetzt ist die Frage, wohin? Aber da habe ich keine andere Option sehe, in den Norden. Deventer. Wie geht's denen denn? Ah, Karl von Klebe. Ah, naja. Hätte ja schlimmer gehen können. Hätte schlimmer sein können. Lauft, ihr Pisser! Meine Güte, mit dem Lauftempo sind wir Rentner. Dein Monat. Hmhm. Gut, das reicht aber auch jetzt hier. Ich danke für den Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Es ist auch noch ganz schön vieles passiert, ganz viel gewesen. Ganz viel Schlechtes, Schönes, wer weiß, ist egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es an, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum Weiter geht. Bei. Den wunderschönen Spiel aus dem Mittelalter. Einblendung. Ah, ist das nicht schön. Wobei. Okay. Teil das Video. Ja. Abonnieren. Schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja, bitte. Machen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Vielen Dank.